Hallo zusammen und herzlich willkommen im Gesundheitsniss Küsnacht. Ich bin Nanja. Ich bin Neida. Und ich bin Sophie. Wir sind VG Lernende im zweiten Lehrjahr und wir zeigen euch jetzt unsere schöne Arbeitsorte. Für mich und der Beruf von Herzen. Einer der schönsten Tage ist, wenn wir in der Lern- und Arbeitsgemeinschaft zusammen lernen. Dabei können wir miteinander und auch voneinander lernen. In unserer Lehre kann man zwischen den Spitex- und den Alters- und Gesundheitszentren wechseln. Das macht es vielseitig und abwechslungsreich. Die Pflege und Betreuung in den Alters- und Gesundheitszentren ist die Heimarbeit. Das Schönste ist, dass kein Tag vorhersehbar ist und immer etwas Neues läuft. Ausserdem gefällt es mir, die Bewohner näher kennenzulernen und so Beziehungen aufzubauen. Als Bezugspflegende stehen wir im engen Kontakt zu den Angehörigen und halten sie immer auf dem neuesten Stand. Wir arbeiten Hand in Hand mit anderen Fachpersonen. Es braucht alle, dass es läuft. Ich finde es mega schön, dass wir uns alle kennen. Die Pausen verbringen wir zusammen. Wir haben immer, immer viel zu lachen. Bei der Ausbildung in der Spitex gefällt mir besonders, dass ich nicht den ganzen Tag an einem Ohr winge und mir viel Selbstständigkeit ermöglicht wird. Ich berate, ich pflege und ich übernehme hauswirtschaftliche Arbeiten, die nicht mehr alleine durchgeführt werden können. Wenn du das Gefühl hast, dass der Beruf etwas für dich ist, dann bewirb dich doch noch heute bei uns. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020